Ein Update ist schon da. Ich habe gedacht, es kommt wie immer Mittwoch. Simon hat einen kurzen Weg, bevor wir letzte Mal weg waren. Es gab so eine Art Licht, die von innen kamen. Nicht wahr, das ist ein bisschen verrückt. Oh, du hast auch gefragt, ob das auch, oder? Jetzt, dass wir ein paar Zeit auf unsere Hand haben, gehen wir mal und schauen uns. Na gut, da stelle ich einfach irgendwas ein. Hier, bam. So, äh, ihr dürft da rein mal beraten, auf wen ich... Ich kann nicht pullen. Wann, äh, ist das Zeug hier eigentlich zurückgesetzt? Oh, guck mal. Gut, jup. Äh, der... Oh. Oh. In elf... Ne, warte, hab ich richtig gelesen? Elf Stunden? In elf Stunden? Nice. Aktualisierung in elf Stunden. Jup. Nix. Aaaaaand... Jup. Nix, war klar. So, äh, lass uns mal so nach und nach durchgehen. Äh, was haben wir hier? Es ist immer noch da. Wir hören uns nochmal wieder an. A crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path, where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Ah, da, 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 da. Ich weiß gar nicht, was für Waffen wir uns krallen. Aber mir geht's ja eh nicht um die Waffe. So, Erlebnispass auch wieder ready. Nice. Gibt ja wieder Zeug zum, äh, machen. Was haben wir hier? Oh. Auf der Bühne, auf der Bühne und hinter den Kulissen. Unerwarteter Gast. Äh, Ebenen der großen Kluft. Nice. Wir haben mal wieder Zeug zu tun. Ich freu mich, wirklich, ich freu mich wirklich. Hm? Also gucken wir euch auch noch das her. Ein Legendenauftrag. Okay. Ich muss erst was fertig haben. Den werde ich auf jeden Fall machen. Ups. So, ein Probelauf. Uh, machen wir, komm, Probelauf. Ausprobieren. Yellan. Probieren wir doch aus. Hey, Trio, heute gibt's kein Control, mein Freund. Vielleicht später. Schauen wir mal. Cooler Style. Kannst du zählen? Ja. Gefällt mir. ja ist klar dass du denn hast über die lebenspunkte du bist auf auflader mädchen du bist auf aufladerate easy okay du bist sehr schnell aufgeladen ok nice 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 willig noch ein charakter mehr den wir auf 90 hochziehen können kriegen wir aber nice gut dich kennen wir dich kennen wir dich kennen wir ich habe sie habe ich ja nur im sommeroutfit er ist halt auch weiß ich nicht tatsächlich finde ich ihn fast ein bisschen op wenn er das immer macht außer dass er aber ihr hart leben verliert aber es ist schon er ist schon nicht er ist schon nicht schlecht so warm was denn heute ist unter der woche da werde ich nicht so lange streamen deswegen werden wir uns eher das update von genshin anschauen und einmal aber nie ich habe babsi das war damals die mission pass auf trio wo ist die babsi wo ist die gute babsi ist auch eine von 99 das sommeroutfit entweder das kleidchen oder das sommeroutfit aber ich finde das sommeroutfit vor allem mit der ententasche voll putzig so sammeln wir ein damit haben wir nämlich das noch gut jan fe jan fe wollen wir jan fe machen einfach nur für das komm jan fe dich kennen wir dich lieben wir unsere lieblingsanwältin so 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 die dame die halt relativ viel ausdauer braucht und damit auch durch dann schon belassen so aber wir schauen uns auf jeden fall heute heute das endgengen update dann ist es da ich freue mich echt ein bisschen mal wieder so wird sie aus dem westen das haben wir durch unheiliger pfad das ist keine ahnung unerwarteter gast zum auftrag welcher ist das ach das ist der akun auftrag seit wann ist der akun auftrag hier drin johne krone es gibt eine perle der dämmerung cool willig aber einfach nur prinzip nach heiß nice 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 das ist doch ein akun auftrag warum ist es zeitgleich ich verstehe es nicht okay aber wir machen erst mal pass auf da wir ja nicht ganz unser harz verlieren wollen wandeln wir es einmal um und da es ja jetzt auch wieder den erlebnispass gibt sollten wir die dailies schon mal etwas mal wieder machen oder wäre schon mal wieder sinnvoll dann so wenn er vorhanden ist machen wir die dailies dann machen wir die ach guck mal ich habe den großen ballon übersehen so eins zwei da machen wir das einmal alles schön entspannt durch ich liebe meinen kaffee mir ging es eigentlich mehr um schmetterling aber hey ich nehme alles mit was man kriegen kann das ist ja easy das ist eu schmetterling schmetterling komme hier Au, 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 au. So, nächste Daily. Dreiste Diebe. Oh mein Gott. Mal aufpassen. Falsch. Ich nehme den Teleportationspunkt. Bin doch immer kletterfaul. Achtung. Elektrogegner in 3, 2, 1. Du lebst, was erlaubst du dir? So, wo ist unser dreister Dieb? Dreister Dieb. Dreister Dieb, ey. War ja Mehrzahl. Uh, Peperoni. Jo, hallo, was geht? Was geht? Ihr habt was geklaut, habe ich gehört. Was soll denn das? So, was macht man nicht. Was habt ihr geklaut? Jemanden die Unschuld? Oha. Geht gar nicht. Guck mal, da fallen sie gleich freiwillig in den Tod. Warte mal, ich stelle mich. Kommt ihr ein bisschen zusammen? Inazuma schiebt eternal. So, da kriegt ihr Raidens Zorn. So. Jip, 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 jip. Hey. War da noch ein Artefakt? Ja. Die brauchen wir irgendwann auch mal in Mengen. Ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann. Nee, warte mal, wir haben die ganzen Charaktere schon drauf. Na, Baidu. So, wo haben wir die nächste? Daily. Hier. Da haben wir sie. Bogenschütze wäre schon mal wieder nice, nämlich einer. Die einzige Sache, die es halt ist, ist ein Wasserbogenschütze. Aber ich werde sie auf jeden Fall, ich will sie. Hallo? Ich werde sie auf jeden Fall pullen. Ich will sie. Apropos, wir müssten nochmal pullen können, oder? Hm, schade. So. Was geht? Was habt ihr vor? Allein dafür wäre schon wieder ein Bogenschütze, nice. Hey ihr. Ich glaube, ihr zählt nicht dazu. Hi. Ähm, warte mal. Schokome. Mach deine zielgerichteten Fische. Hab die Raffen, dass ich da oben bin? Ja. 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 Animal Hyperspektive Simulation. Absorption test. Vengeance will be mine. Das war die letzte Daily. Dann sammeln wir mal kurz alle Dailies ein und schicken alles wieder auf Bild, auf Erkundung. Dann haben wir auch direkt, ich würde mal sagen, das erste Stiefchen auf jeden Fall im Erlebnispaß. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du stimmt dann können wir ja an sich ich kann ja mal wieder schmieden aber es bringt mir halt nichts aber wir schmieden mal ein bisschen oder mal wieder ein bisschen schmieden und ein bisschen gedöns machen weißt du hey schmiedi also du heißt wagner ich weiß aber du ich nenne dich schmiedi passender spitzname der dauert so lang ach du scheiße 835 ja komm dann dauert es ein bisschen ich habe übrigens eine nachricht habe ich gesehen ich habe aus dem spiel rausgeklickt anpassung des erkundungs neben reisenden wurden die belohnungen in die homo und leo während der gang nur durch pferdeschwanz und goldfischkraut ersetzt sowie in der gully ebene durch mora anpassung bitte rechtzeitig was wurden die belohnungen dir während der erkundungen durch pferd so dann die normale update belohnung weil wir halten in der update zeit ist es nicht spielbar der spiel so haben wir das auch hier zack stufe eins haben wir auf jeden fall safe schmiede ist unterwegs kochen wir mal was wollen wir wer hat hunger lädt ein worauf habt ihr bock was wollen wir ein bisschen essen klassische steaks ich hätte 600 im angebot oder bar oder möchten wir 600 spiegler ja ein bisschen gulasch jahresfisch kuchen habt ihr bock auf kuchen ernsthaft ich habe keinen plan was ich ein bisschen kochen soll weil irgendwie habe ich alles fertig oder nie den jahresfisch den kann ich auf jeden fall einmal machen einmal eine pilzer ich glaube machen wir machen rettich so bekommen rettich suppe rettich ding haben wir 19 stück ab dafür bab sie macht das schon ich habe sogar drei mal extra dann haben wir das auch mein kaffee schmeckt irgendwie komisch so gebietssäuberung ja komm ab machen wir erst mal den ich glaube der geht relativ schnell den auftrag was gemachtes ist gemacht was gemachtes ist gemacht nein ich muss da wieder rauf warum heißt es nicht die keller wie kann keller am dach sein die haus ok warte stopp die kenner ups tut mir leid ich dachte du wärst ein keller ja kann ja sein vielleicht ist er ein bisschen modrig und aus stein ähnlichkeiten sind schon gegeben wo muss ich jetzt hin geht zu meister queens ins jahr kriegen wir guck mal da können wir sogar nebenbei ein bisschen klitzy einsammeln hat hier nicht auch mal was geklitzert habe ich so schlechte erinnerung hey ihr zwei ich will nur den rettich und den kohlech klauen so zwei alle fakte so da 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 du 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 erklärst meister lu die bitte von liu zu ich mag mond statt meer da kann ich die namen besser aussprechen hallo da 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 jo denn ich mein oma und dass den nahe ich nenn sie omi okay omi roxy kann ich mich aussprechen Drei Ströck Kiefernholz. Ja. Hat der Reisende gerade zu ihm gesagt, du gehst ihm ja auf die Nerven? Rote Farbe. Könnte ich auch mal wieder herstellen. Den Stuhl zu bauen. Warum hat der zertrote Farbe gebraucht? 18 bis 21 Uhr. Habe ich nicht. Ich habe doch schon mal gesagt, sowas hasse ich. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich. Und hasse ich und hasse ich und hasse ich. Mein Kaffee schmeckt echt irgendwie komisch. Geh zum Teehaus. Ach, jetzt bin ich doch zum Teehaus. Sag doch, dass ich am Teehaus bis 18 bis 21 Uhr warten muss. Warum haben wir jetzt eigentlich einen Stuhl gebaut? Geht eigentlich der Kreis von Euler, nee, von Raiden nicht mehr weg? Früher ist der ja dann weggegangen nach einer gewissen Zeit, wenn du nicht im Kampf warst. Deswegen wundere ich mich gerade tatsächlich. Hallo, was geht? Bin auch da. Ja. Hey, Junjin, was geht? Lang nicht mehr gesehen. Ich skippe sowas immer. Koche Tee mit Junjin. Wo kann ich hier Tee kochen? Du schon wieder? Nee. Hier kann man Tee kochen? Kannst du mir einen Kaffee machen, Junjin? Ich bin nicht so der Teetrinker. Kaffee wäre toll. Danke. Danke. So, nur mal so als Hinweis. Der Reisende ist um die 300 Jahre alt. Also der darf Kaffee trinken. Der schaut nur aus wie ein kleines Kind. Was? Sprich mit Fan irgend... Können wir nicht... Uh. Eigentlich müsste ich alles nochmal ablaufen. Und die Dinger suchen. Trio, was geht eigentlich bei dir ein bisschen heute? Aber so wenig gehört von dir heute. Geh zum Lagerhaus. Oh Gott. Kann der nicht stehen? Geh zum Lagerhaus in der Nähe der Anlegestelle, um Bretter zu holen. Könnte der nicht eher stehen? Hau in der Nähe der Anlegestelle jemandem ein Brett vom Kopf. Bitte. Was verkaufst du hier? Ach, die Blumenzitter. Ja, die kaufe ich mir. Ach, die habe ich ja schon. Die kann ich ja gar nicht kaufen. Ach so. Ne, 1,5 Mille an Mora. Ich bin nicht so reich. Tut mir leid. Aber müsste ich die Blumenzitter nicht haben? War das nicht das Quest-Gegenständchen? Wenn ich noch weiß, wo die war. Ah ne. Haben wir... Ah stimmt, wir haben die Leier gehabt, gell? Uh. Aber wenn ich gerade was anderes sehe. Tschup. Ach so. Ich bin doch dumm. Lass uns mal was reinpacken. Was haben wir denn in Mengen hier, Bambek? Den Parameter-Umbandler. Man sieht, ich spiele aktuell Genshin kaum noch. Ich habe ja früher jeden Tag in Genshin drin. Jeden Tag. Und aktuell gar nicht mehr. Dafür sage ich aber erst... Doch, passt schon, da will ich hin. Machen wir mal kurz ein Feuerwerk. Guck mal, ich habe eigentlich... Doch, ich habe die... Doch, hier. Ich habe die Blumenzitter. Hier, sag ich doch. Äh, tschup. Jee, Feuerwerk. Einfach, weil ich es mal gesehen habe. Feuerwerk. Tschu. Weil, dass man hier nur die Blumenzitter kaufen kann. Ja, das Feuerwerk, den kann man bestimmt auch irgendwo anders kaufen, oder? Bam. Ich mag Feuerwerk. Da noch eins. Härtchen. Gubba. Gubba war der Abschluss. So. Stört es keinen, dass ich einfach Bretter mitnehme? Ich laufe keine 5 Meter. Alles, was länger ist als das Auto, wird gefahren. Also gut, außer man muss erst mal zum Auto hin. Steht zum Glück bei mir da gleich links. In dem Haus. Wo meiner Garaże. Du. Da, 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 da. Mhm. So. Tschup. Hey. Zack. So. 50-50-Prinzip. Warum müssen die jetzt was zahlen? Hä? Was ist das für eine Mission? Ich raff's nicht. Die ist fertig. Ah, wir haben einen Bauplan gekriegt. Für den Birnengarten. Ach stimmt, da könnten wir eigentlich auch mal in die Kanne gucken. Ansehensbelohnung. Das ist nicht die Kanne. Ähm. Wir können mal in die Kanne gucken. Mal auch einsammeln. Ob die Kanne umstellbar ist jetzt? Mit dem Update? Die Entschädigung kam. Aber die kamen Montag. Ich weiß nicht. Kam das Update heute vielleicht? Es ist wieder umstellbar. Wie geil. Endlich. Endlich. Hat ja, hat ja wirklich lange gedauert. Muss man ja wirklich sagen. Und irgendwas Neues gibt's in der Schatzkammer. So, äh. Sarah kann weg. Lisa, Euler. Sarah kann weg. Lisa und Euler. Das merke ich mir eh nicht. Sarah, Lisa, Euler. Sarah, Lisa. Knolle, ich wollte noch was. Stopp. Knolle, bleib da. Sarah, Lisa, Euler. Sarah, Lisa, Euler. Sarah, Lisa, Euler. Pflichtiges Herz. Äh. Ja, immer alle Fakte. Sarah, Lisa, Euler. Sarah, Lisa, Euler. Sarah, Lisa, Euler. Sarah, Lisa, Euler. Ah, was ist hier neu? Irgendwas ist hier neu. Keine Ahnung. Irgend... Ah, okay. Sarah, Lisa, Euler. Mal eine andere Frage. Haben sie das vielleicht... Äh, nee. Maxima-Stufe immer noch. So, Sarah. Jetzt muss ich schauen, wen habe ich denn noch nicht auf Stufe 10. Sarah, Lisa, Euler. Ähm. Chien, wir stellen Chien her. Nee, Chien steht schon da. Chichi, wir stellen Chichi her. So, das ist Kuchu und Sarah. Du darfst zurück. Kameraden. Was ist denn das? Ich kann Paimon herstellen? Voll cool. Äh. Chichi. Chichi. Du schaust dir die... Du guckst dir die Blümchen an hier. Chichi. Pupp. Speichern. Raus. Ich muss mal einmal mit Chichi reden. Hey, Chichi. Hallo. Oh, es ist du. Hi. Ich erinnere dich. Was? Du erinnerst dich an mich? Bitte probier das. Oh, ist noch aktiv. Nein! Hast du dein Notizbuch bei dir? Notizbuch? Notizbuch. 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 Wer ist das wieder? Ach, Hermi. Keine нужde. Ich werde alles gut sein. Nicht vergessen. Chichi ist stärker, als sie sieht. Pfff. Chichi, du bist stark, ja. Du kannst was. So, äh. Wen muss ich noch austauschen? So viel zu dem Thema. Jetzt merke ich mir. Knolle. Kannst du mir noch mal kurz sagen, wer auf 10 ist? Eula und Lisa. Wir packen jetzt mal Eula und Lisa ein. Dann kann ich schon nicht vergessen. Eula und Lisa. Die sind beide im Haus. Hallo? Eula, Lisa. Eula, Lisa. Eula, Lisa. Eula, Lisa. Ich merke mir doch sowas nicht. Hi. Eula, tut mir leid. Ich hab dich gern, aber tschüss. Wo ist Lisa? Lisa steht hier. Ich gucke die Bücher an. So, ähm. Speichern. Gespeichert. It's character. Ayaka. Mona steht eh schon hier. Yoimiya ist sowieso voll. Okay, Ningguan. Wir packen Ningguan und Kaya her. Ningguan und Kaya. Äh. Kameraden. Ningguan. In ihrem wunderschönen Kleidchen. Stell mal ein bisschen hier zu, äh. Zu Jean her. Die quatschen. Keine Ahnung. Und Kaya ist auch mit dabei. Kaya kann sich nicht mit herstellen. Der ist schüchtern. Der kommt hier hin. Der wünscht dir, während wehren Jeans Position. Speichern. Da müssen wir bestimmt einmal mit Ningguan quatschen, oder? Ja. Hi, Ningguan. Ey, was geht? In deinem Kleidchen? Das ist echt... Ich finde es geil. Im Vergleich zu ihrem Standard. Ist es eine Art und Weise, die du mit mir diskutieren möchtest? Ja, äh. Wie gefällt es dir hier? Das ist ein entschuldiges Umfeld. Ein guter Ort, um zu kalt und zu einem Gedanken zu erzeugen. Sehr wie die Tage in der Jadechamber. Hier. Du hast wohl keine Angst, dich mit jemandem... Du hast wohl keine Angst, dich mit jemandem, dem Jade gemacht zu vergleichen. Du Schmeichler. Kindheit hat nichts zu tun mit ihm. Ein Umfeld kann nicht nur auf ihrer Größe oder Opulenz beurteilen. Ich fühle mich, das Zeit und Effekt, das du in diesem Ort gelegt hast. Das erinnert mich, das Zeit und Effekt, das ich selbst in der Jadechamber verwendet habe, als ich die Jadechamber konstruiert habe. Oder, um es in einer anderen Weise, ich sehe das als die Jadechamber, die dir zu dir gehört. also gerade mein, 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 herrenhaus hier, als, 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 als Erstenwurf der Jadechamber. Ich bringe... Ich... Ich... Ich kann auch wieder gehen. Hast du dich bereits eingewöhnt? Oh, ich fühle mich bereits bei Hause schon. Hm, obwohl... Ich fühle mich, dass... At Home komfortabel, als, als, wo ich gehöre. Heh, wer hätte es gedacht? Äh, aber ich habe mit dir, habe ich gesehen, direkt die nächste Stufe. Das heißt, ich kann ja direkt weiter... Möchtest du mit mir reden, Kaya? Also, äh, ist es nicht wegen der Fähigkeit, den Schmerz zu unterdrücken. Oh, meine reine, schau auf dich, Leaping to Conclusions. Do I look like I've been through that much? I'm quite content with my life right now. Oh, so? I have to say, though, that chatting with you is quite intoxicating. Actually, in much the same way that drinking is. So, I suppose, I'm just greedy and want to enjoy both of these pleasures at the same time. Sind diese D. Irgendwo over ein Cocktail? Heh, what an interesting metaphor. I hadn't looked at it from that angle. Ähm, Kaya, ich... ähm... Deine Analogie sieht großartig aus. Nur für einen kleinen Detail. Du, natürlich, bist das Hauptingredient in dieser Cocktail. Nice. Nur will ich Paimon bei mir in der Kanne haben? Ja, na gut. Notfallnahrung. Kann man immer gebrauchen, oder? Notfallnahrung? Geht schon. Wo habe ich letztens die Katzencam rein? Also sie liegt gerade nicht da, aber ich schwinge Microsoft Camas an. Äh, nice. Dann haben wir erstmal das Übliche gemacht. Und eine neue Mission. Und ich kann ziehen. Uh, wo habe ich denn das alles her? In dem Moment, wo es blau ist, gleich wegdrücken. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm. Hallo, Jan Fee. Habe ich dich nicht sogar schon... Oh, nein. Oh, das war sogar mal ein Pult, der Sinn gemacht hat, Uusi. Ja. Och, dich habe ich noch gar nicht? Rechthaberei. So, da haben wir nur noch ein unerwarteter Gast. Du und Baimon sind besorgt über die Situation in der großen Kluft und beschließt das Gebiet zu untersuchen. Nur, um dort jemanden völlig Unerwartetes zu treffen. Wer wird erwarten? In der großen... Wer wird auf uns warten? In der großen Kluft? Wir wissen es nicht. Doch wir werden es gleich herausfinden. Jan Fee? Jan Fee? Jan Fee? Was machst du hier? Oh, Traveller in Paimon? Ich erwartet nicht, dass wir hier zwei hier sehen. Wir haben dich auch nicht erwartet, junge Dame. Verrate uns. Verrate uns. Ich bin ehrlich gesagt. Dieser Fall ist ein wenig aus der Ordnung. In Wahrheit. Das ist die erste Mal, dass ich den Boden des Kluft gesehen habe. Oh, aber bevor ich es vergessen habe. Könntest du mir ein Favorit, bitte? Wenn jemand jemand fragt, mich über mich oder meine presenten Werte, sag ihnen, dass du mich nicht gesehen hast. Hä? Was sagst du hier? Jan Fee? Hast du etwa? Nein, es ist nicht so. Schau, es ist ziemlich eine lange Geschichte. So, wenn du siehst, bitte nur für mich. Ich sehe dich später. Dass ihr sie ablenkt. Bis später. Hey! Und da geht sie. Was war das alles? Ich fühle mich plötzlich nervös. Denkst du, dass sie etwas illegal gemacht hat und jetzt ist sie hier zu schlafen? Oder vielleicht ist etwas super schreckliches passiert? Ja, Leichen. Äh, ach komm, Jan Fee ist der Rechtsberater dann. Oh, du bist so naiv. Die Welt ist kompliziert diese Tage, du weißt. Wir sollten uns für das Schlimmste vorbereiten sein. Wenn etwas wirklich passiert ist, könnten wir uns selbst unsere Angelegenheiten werden. Oh, was ein Dilemma. Oh! Hey! Du da oben! Ja, du! Ah, jemand kommt! Ja, Ito! Ja, Ito! Ah! Uh, Ito? Who's that behind you? Hey there! I'm with the Arataki Gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you. Nice. Hi. Nice to meet you too, Shinobu. Nice to meet you too, Shinobu. Schön dich kennenzulernen. Grünschopf. I have a feeling that we'll be working together soon enough. So, uh, Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss? Pfff, are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Tavat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Arataki Gang. Uh, me. Uh, okay. Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable subordinate. You know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki Gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Have you seen a pink hair with a, uh, mage lady? Wear a goofy hat, knows everything, kinda short. Uh oh. Her name's Yanfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. Uh oh. Uh oh. Oh, look at you getting all antsy. Ha, seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. So, uh, you guys know Yanfei? Well, she, uh, kinda saved my life, so. Yeah, you could say we've met. She saved your life? Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? You know that the Sakoku decree has been listed recently in Inazuma, right? Yeah. Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes. I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So, I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yanfei happened to be walking past and helped us out. Yep. Ito. For her, our trip to Liyue would have ended with me and the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. But, she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own. So, I followed her here. Just in case she needs me to come leaping to her rescue. Haha. Yeah, wie dann auch die Univunutaten. Granny said that a man must learn to be grateful. And I'm gonna help this legal advisor lady no matter what it takes. Oh, that's nice and all, but what if she really doesn't need your help? Haha, you're joking, right? I mean, that's not possible. Of course, she needs my help. Ah, great. Thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. You're not my savior. Ito's co- Appreciate the help. Until next time. Uh, Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her- Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance. So she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow. She really knows how to- Well, at least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. Hmm. Alright. Now let's go take a look at the crash site from last time. Time to scout. Look, Yanfei is here too. Hey, Yanfei. Ich mache mir mal nebenbei einen Kaffee. Bis gleich. Ich habe einen Kaffee, um mit einer Willen zu lösen. Ein Willen? Das stimmt. Ich habe einen Willen in einem alten Buch gefunden. Ich glaube, es war von jemanden von großem Worte. Es scheint, dass er ein magisches Gerät hat und wollte ihn erheben. Pimer nicht wusste, dass die Regierungen zu lösen. Huh, was ein Job. Die Willen ist auch Teil meiner Arbeit als Regierungen. Natürlich gibt es solche Sachen sehr rare. Die Chasm ist nicht derartige Ort, wo man einfach waltz in, wenn man will. Oh? Also wissen Sie, welchen Ort das ist. Hey, wer ist das? Ah, ich dachte, ich könnte dich hier finden. Ja, angeben. Hm. Natürlich. Coincidentally, ich habe hier auch etwas zu tun. Es scheint, Chance hat uns alle zusammengebracht. Du kannst mich nicht kennen, Traveller in Paimon, aber ich habe sicherlich über dich gehört. Du bist alle hier im Geschäft, und es ist mein Job, den Chasm zu monitoren. According zu Regierungen, sollte ich dich unterstützen. Aber, wie es aussieht, habe ich andere Dinge, die meine Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe Angst, dass ich dich nicht in dieser Zeit sein kann. Du kannst über dein Geschäft gehen. Aber, nicht zu machen. Oh, das ist das Schmerz. Ich habe mich gefragt, für deine Unterstützung. Kannst du ein wenig Zeit, um mir zu helfen, um diese Willen? Für die Zeit? Hm. Ich weiß nicht. Es handelt, was für mich drin ist. Fair genug. Ich glaube, sogar ein Guide muss sich bezahlen. Es ist so passiert, dass Madame Ping mir einen schönen Tee gegeben hat. Ich traue dich zu einer Cuppe, wenn du das akzeptierst. Warum erzählst du mir etwas mehr darüber, wie du hier erst kamst? Dann werde ich... Hey, du! Äh, Ito? Was macht er hier hier? Ich weiß, was du zwei gemacht hast. Du hast wirklich versucht, mich wegwerfen, nicht wahr? Auf dieser Seite sieht man auch eine Freundin von mir. Ich bin doch dein Kumpel. Das ist nah genug. Hä? Wer bist du? Entschuldigung, diese Eriee ist Teil des Chasm. Sie ist mit dem Generalen Publikum geöffnet. Bist du mich schuldig? Ich sehe keine Warnungszeichen oder Fäden. Was gibt dir das Recht, mich zu entfernen? Pff, Junge. Wo es wirkliche Gefahr gibt, wird es nie ein Warnungszeichen sehen. Äh, Pime? Ich wusste nie, dass dieses Ort so wichtig war. Es ist ein wirklich besonderer Ort. Das stimmt. Das ist nicht ein Ort, wo du einfach in und aus kannst, wie du willst. Das ist auch warum ich nicht jemanden wollte, mich zu folgen. Unfortunately, du hast nicht gehört. Der Traveler hat viel für Liue in der Vergangenheit gemacht. Und Yenfei ist ein bekanntes Legal Consultant in Liue. Also, ich kann es glauben, ihre Intentionen zu verhalten. Und auch für dich. Hey, was soll das sein? Sie versuchen, dass ich nicht genug genug bin und meine Intentionen sind nicht gut? Ich weiß nicht deine Hintergrund, also ich kann dir nicht frei passen. Außerdem, Yenfei scheint nicht zu brauchen, muss sie? Ha! Wie wissen Sie, was Yenfei braucht? Was, sind Sie zwei, in die Hände oder so? Genau. Anyway, ich muss nicht ein Mind-Reader sein, um das zu sehen. In jedem Fall, als ein Visitor von Inazuma zu besuchen, ich würde sagen, dass Sie ein Lokal sein, wenn in doubt. Stich zu den Lokal-Rufen und sich nicht aus der Probleme. Oh! Warum, Sie? Bitte, bitte nicht zu sein, dass sie so impulsiv sind. Sie ist richtig, Sie wissen. Oh! Things sind jetzt ein bisschen heißen hier. Oh, nicht gut. Sie sollten wirklich nicht beginnen mit Yei-Lon. Es ist wahr, dass wir nichts wissen über die einzigartige Konditionen von diesem Ort. Also werden wir Ihren Ihren Tippen und gehen sofort. Aber wenn es das wirklich eine gefährliche Bereich ist, dann sollte man einen Begriffen. Okay. Thanks for the suggestion. I'll consider it. Oh, ja? And what if we don't leave, hm? Boss! Then, I'm afraid things might get... unpleasant. Is that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your optimism. Although you're friends with the Traveler and Yenfei, I'd still suggest you heed my warning. Ha! Thanks for that, but uh... Too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? Hold on, Boss. There's no need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. Hmph. You think I was joking around, huh? Huh? Oh no, these two are about to go at it. Please wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just... What did... Hey, mach mir mein Kaffee weiter. Bin gleich da, ich will dir nichts verpassen. Bitte wieder da. Hi, die Erde fängt an zu beheben. Oh, es ist ein... Hey, stopp versuchen, dieses Thema zu verändern. Ich werde... Ito, was hast du wieder gemacht? Es schmeckt auch komisch. Oh, wieder andere Bohnen. Du kannst doch fliegen. Was ist passiert? Oh, hey, bist du okay? Einfach mal so'n großen Stein auf den Treffer draufschmeißen. Den braucht doch eh keiner. Äh, mir geht's gut. Au. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. This place. Where are we? I'm gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveller, and my Savior. Is everyone okay? Well, this is an unfortunate turn of events. Hey, so, uh, how far down did we fall? Hmm. It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. Well, don't look at me. Hey, if you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Hey, whose side are you on here? I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Heh, looks like Ito can't argue against either Yelon or Geno. He's in a real tough spot now. Hey, what do you mean? Don't you dare compare Paimon to Ito. Whoa, whoa, what do you mean? You looking for a fight too? Paimon was just saying how it is. Everyone knows you're a bit of an idiot. You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon. Ha! Flying lavender melon? Oh, that's it! Paimon's mad! Time to give you an ugly nickname! Uh, Bull Chucker! Hmm, you better mind your manners, Bull Chucker! We seem to be a long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. It's unlikely we'll be able to climb back up that far. We'll need to find another way. I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not going to ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. I won't treat you as hostiles, and in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. I'll do what I can to find a way out. Huh? Well, where does she think she's going? Like she said, to search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the Fantastic Compass, which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. Yelan, we were all caught in this mess. Let's try to find a way out together. Whatever you say, my savior, I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well, hmm. I guess that includes her too. And as for that big jerk, well, I guess that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows, an adventurer. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? You're so stupid, you're so stupid. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? Yeah, she's got a point, traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little bit more. You know, let your sidekick share some of the glory. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. Ugh, for the sake of Shinobu? Fine. Ich mag auch Shinobu. I'm the boss, so I'll let it slide. Zwei Charaktere, die ich ziehen muss. Mist. Lass es uns herausfinden. If anyone needs something, just let me know. Great! You know, Bill, check it out. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. There seems to be an entrance ahead, with a path. But Shinobu, my LKW is also there, I have also food. What do I do to do with this? Well, let's go take a look. Mit LKW war alles das gemeint, was wir im Inventar haben. Weil, ich glaube, da brauchen wir schon 40 Tonnen. Nice. Wer hätte erwartet, dass wir eine Domainentrance in einem Ort wie dieser finden würden? Wenn es einen Weg gibt, dann ist es einen Weg raus. Let's go and take a look. The rocks here seem to be old, Leo M. Mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. What's that sound? Ciao, hey! Conqueror of demons? What are you doing here? Oh, uh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. So you're not here by accident. Want to team up? No, I have something else to do. I'm looking for someone. You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. Well, that's show for you. Shows up without a warning and disappears without a trace. Me, Emma. Huh, that guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Seriously, Bullchucker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? Oh, he wouldn't listen, no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. Everyone, keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead. So we have to be ready for anything. Können wir nicht jetzt einfach in das Portal reingehen und alle umkloppen, was da sich bewegt? Ich hab ne WhatsApp-Nachricht. Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but, uh, could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I for one think I should be able to look after myself. Boss! Ugh, okay, okay. Besides, Yelan is just looking out for everyone. You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Ha! Bullies, you're not a local either, flying lavender melon. So stop trying to sound like one. Lass mich raten, wir müssen in das große, böse Portal. Ja! Labyrinths like this are unique to Liyue. Wow, this place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Yeah, just cool. Hmm. Beg for mercy. Animo test, 60%. Hold the line. Crush. Beg for mercy. More speed. Hm, glaub ich fast nicht, Palmon. Glaub ich fast nicht. So, uh, eine hübsche Kiste. Nice, gibt's hier sonst was? Außer hinter den Kisten? Nö, schade. So, äh, lass mich raten, wir müssen drehen. Und. Aha. Ein rätseliges Rätsel, hm? Hier geht's nicht weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Ich glaub, wir müssen noch mal drehen. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Du, 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 du. Darf ich noch mal drehen? Jupp. Gut, hier geht's nicht weiter. Und noch mal drehen. Geht's jetzt vielleicht weiter? Zack. Weil ich hab den Verdacht, ich will hier rü... Hä? Ich will hier rauf. Oder? Will ich hier rauf? Ich denk schon, gell? Oh. Geht nicht weiter. Warte mal, wir drehen das ganze Ding einmal um. Guck mal, weil da wollen wir hin, oder? Ja, da wollen wir hin. Jetzt sind die Lampen falsch rum. Och, Mädels, äh, Mädels, sag ich schon. Schau. Schau. Lass mich. Absorption-Test. Schau. 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 So, komm. Hätte ich jetzt zu kurz, dass noch Gegner gekommen, hätte ich sogar meine Q nochmal gesetzt. Wobei, dann wäre es ja jetzt runtergefallen. Au. Schau. Zack. So. Drehen wir mal. Zack. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü. Ja, warte, jetzt schmeiß ich aber die Q höher. Na, komm. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Geo-Siegel. Kann ich doch eh nur noch gegen Mora austauschen. Ah. Der restliche Shop ist doch leer. Wait. This ain't right. How did we end it back here? So we've been here already? Hmm. Yes, this is exactly where we started. But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We've never turned around. Yes. That's what I thought too. Traveller, we were going the right way. W-weren't we? Ich glaube nicht, dass wir fast gegangen sind. Oh, strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bakedanuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn they still hadn't found a way out. Yeah. Pion's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good. Because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not. I happen to have a certain sidekick who can exorcise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. Unbelievable. An Oni who's friends with an exorcist? Huh. What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi. Go get this beauty. This is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. Oh, Ushi says hello, everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. I didn't know gangs could have auxiliary members. This does not have the trappings of something that's gonna work. Huh, you're telling me. Alright, go, Ushi. Go find us a way out of here. Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. What's wrong? Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. Has anyone else noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. But now, it seems even that exit has disappeared. Uh-oh. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. Hmm. I'm gonna take another look around. Everywhere we look, there are just more and more rocks. Uh, maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. What? You scared now? No. Paimon's super brave. Oh, yeah? Well, uh, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, uh, scared. You've got us here to protect you. Paimon, I'm there. We can't just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the traveler and Paimon with me. Got it. Be careful, everyone. Please. There's no need to keep calling me savior. Just, Yenfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. Paimon is full nervös, irgendwie, huh? Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. I can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, did you guys find anything over there? Wer die kleine Kuh da eingesprochen hat, der hatte eine echt anspruchsvolle Rolle, muss ich sagen. Kein Erfolg. I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. Probably not the right time to ask this, but... Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't that kind of mean, everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunt them. Uh, Ito, are you afraid of ghosts? Oh, no, Boss, you've been found out. What? Me? Ich mag sie. Auch sympathisch. Are you kidding? Pff, stop joking around. Ah. Seriously though. Looking at you, Paimon, suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker. If you're scared, Paimon can cover your eyes for you. Ugh. Maybe I should make better use of my time. Add a little salt and some pepper. Roasted so lavender melon. Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. Good. Alright, there are two types, sweet and savory. Beides is good. Alright, you can try them both. It's important that we remain calm. Especially when we're in the throes of a tough situation like this. If I'm reading this situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't worry. I'll distract the boss. Will you discuss things with the others? Oh, I thought I smelled something cooking. Would you like some Yanfei? Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? Oh, and by the way, I think that we'd get caught up in such a dilemma together. It must be fate. Okay, and by the way, I think that she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. Yelon, we split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you manage to find anything? No. And, though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. If we can't find a way out, we may be stuck underground for some time. I think you might be right. I understand. An underground space with an entrance but no exit. It just doesn't make any sense. I'll figure something out. Just give me some time. If anyone happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. Er meinte, dass wir ihn in einer schwierigen Situation rufen können. Das ist vielleicht die Lösung. Erinnerst du dich nicht, dass Chao auch hier ist? Ich denke, wir könnten es versuchen. Okay. Wir können es uns hören. Chao, könnt ihr mich hören? Keine Antwort. Paimon thought, Chao would come, no matter where we are. Oh nein. Does that mean, even Chao can't sense our presence here? Wenn das würde es bedeuten, dass wir in diesem Untergang eher das Falsamon vor sich geht. Ja, natürlich. Euler. Raiden, pass auf. Wir brauchen da oben ein großes Loch. Das ist doch ein Loch. Kann man da nicht raufklettern? Hallo? Warte mal. Mito, lass mich mal vorbei, du bist zu breit. Aua, jetzt brennt Raiden. Nein. Wir, was? Wir können doch nicht raufklettern. Pass mal auf, da ist doch ein Loch. Räuberleiter. Wir hocken uns einfach hin und warten. Ich wollte eigentlich mit Ito reden. Und diese Zeit bin ich, Arataki, der eine Oni, mit... Boss! Wow, wow, was ist denn, Sauerkuss? Zeit für ein bisschen rastetem Lavendermelon. Huh? Wir sind in einer Situation in einer Leben- und Todes-Situation underground, und du sagst mir, dass es Zeit für Roastet-Lavendermelon ist? Wuh, wuh, wuh. Interessant. Hast du das? Ushi sagt, dass du völlig richtig bist. Warte, halt what? Mit... Was habt ihr mit, Überblick? Es ist wichtig, dass du Tagesweig reingültest. Wir müssen wir unsere Energie und Morale auf aus Auf containen für unsere Belenzeugef Bemerkung haben. Auch Ushi kennt das. Okay, ihr zwei... Hey, seid ihr schon zu essen? Halt, ist es noch warm? Oh, das schmeckt gut. Okay, ja, wir haben einen kurzen Snack, und dann schauen wir einen Weg raus. Hey, nicht essen alle, lass ein paar für mich! Hat schon schlimmere Situationen. Oh, da kann ich dir helfen. Mhm. Wir sind mehr über die Welt, während wir mit einigen alten Freunden reunieren. Haha, ja. Es gibt noch eine Silberlinie, ich glaube. Unsere Situation ist schmerzhaft. Es scheint kein Weg raus zu sein. Wir sollten uns bereit sein, um einen Moment zu bleiben. Glückwunsch, wir haben keine Anzeige gebraucht. Und sogar unsere Motley Crew hat Leute, die sich cool halten können, wenn die Steigungen hoch sind. Fokussiert einfach auf dich, zu sich selbst. Ich werde das Rest herausfinden. Warte mal, ich hätte eine Idee. Interagieren wir den Rüsten und Briten an eine angebende Stelle, um das Schlachtfeld der Listenkriege zu besuchen. Um die Herausforderung zu starten. Okay. Pass auf, ich port mich einfach raus. Ich port mich dahin. Was hältst du davon? Und ich lasse euch ein Seil runter. Mit irgendwelchen Brettern muss ich interagieren. Wo sind hier Bretter? Wo sind hier Bretter? Hat einer Bretter gesehen? Guck mal, ich habe sogar schon zwei. In zehn Stunden verfügbar. In einem Tag verfügbar. Schlachtfeld der Kriege. Ja. Jetzt verfügbar. Ja. Oh nee. Nicht wieder prügeln. Ja, ja. Wo sind die Bretter? Bretter? Ach hier. Guck mal. Guck mal. Ach. Schon wieder so Zeug. Ach. 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 Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ehrlich. Oh. Guck mal. Wir könnten sie ausprobieren. Und Kekwin. Sie auch nice. Aber ich mache mein Standardteam. Äh. Und Kukumi, meine Gute. Ab dafür. Die hauen wir einfach weg. Einfach mal um. Okay. Äh. Also heißt. Die Story geht nicht weiter. Schade. Truppenaufstellung angepasst. Einführung zum Beispiel. Ja, ja. Ist okay. Ich würde sagen. Hau drauf. Oder? Kannst du? Kampfstrategie-Splitter. Dann kann ich das trotzdem schwerer einstellen, oder? Was ist hier? Elite-Maschine. Wenn ich nämlich... Ah. Ah. So ist das. Weiter mal. Ich habe genug Heilung dabei. War jetzt nicht so schwer. Herausforderung abgeschlossen. Wo muss ich jetzt hin? Ach. Guck mal. Hier geht die Treppe nach unten. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Dann kann ich das trotzdem auf schwerer machen, oder? Ist ja jetzt nicht so die Problematik. Wenn du kommst, kriegst du eine Queue, mein Freund. Hau drauf. Mehr Speed. Hau drauf. Hau drauf. Guck mal. Die sind nur Level 60. Komm da machen wir... Was ist das jetzt? Wähle eine Figur, um fortzusetzen, während die anderen... Wähle eine Figur, um den Kampf fortzusetzen. Kokomi. Ah. Okay. Ah. Äh. Ayaka. Mona? Ayaka. Also Kokomi nehme ich auf jeden Fall mit. Ayaka ist auch... Hat auch was drauf. Äh. Ayaka. Pass auf. Ayaka. Traveller, um den zu verbrennen. Mona Kokomi. Ah. Mir wieder scheißegal. Ich mach einfach irgendwas. Hier rein. Go. Elektro. Ah. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Gugumi ist krasse Heilerin. Mona, deine Queue bitte. Gugumi. 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 Come-Di-Krafen. Gugumi. Miet-Sumetsu. Gugumi. Gäu. Gäu. Geh flight. Gut, dass ich genug No-Uns gehabt, ja? Ich weiß aber nicht, wen wir nehmen als nächstes mit. Mona ist immer noch cool mit ihrer Dingein, um alle nass zu machen. Irgendwie hätt ich schon wieder mal Bock auf Ayaka, hm? Ayaka wär auch schon wieder mal nice, hm? Mal die gute Ayaka wieder rausholen. Hab schon lange nicht mehr gemacht. Also Kukumis sollte ich mir, wenns geht, bis zum Schluss erhalten. Komm, ich wählte gerne deine Cue. Genau, deine Cue. Die Gegend ist leere. Scheiße. Dich. 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 Kann ich wieder eine Figur wählen? Natürlich nehme ich Kokomi mit, weil Kokomi macht... Kokomi macht im Notfall des Allem Alleingang. So, jetzt brauchen wir was anderes. Äh, Runde 3. Dich. 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 Der kann es ja voll easy durchmachen. Hätte ich das gewusst, dass wir das so einfach haben, weil die ja nur 60 sind, hätte ich das auch schwer gemacht, dann wären sie 90 gewesen oder 92 oder sowas. Das machen wir dann das nächste Mal, weil das ist relativ easy. Ich habe genug 90er, die ich verbrennen kann. Ich wollte eigentlich nicht, aber hey. Doch, bräuchte mal so kurz ein anderes Element mit dazu. Doch, Kokomi. Kokomi regelt. Kokomi regelt halt einfach. Ich weiß nicht, was ich... Drei Minuten sechs. Keine Ahnung, was mir das alles bringt jetzt. So, warte mal. Hi. Was haben wir da jetzt? Hätten wir mal die Belohnungen anschauen können. Das können wir nicht weitermachen, weil da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit bis dann. Irgendwelche Herausforderungsbelohnung haben wir. Ja. Okay, geil. Hier. Okay, cool. Das ist schwierig. Zweikampfrunden. Okay. Extrem. Also muss ich es auf schwierig auch nochmal machen. Und auf extrem. Warum lächelst du hier so? Und du schaust so... Ganz komisch. Okay. Dann haben wir ja da eigentlich noch genug zu tun. Was kann man denn hier dann eigentlich beim Aktionshändler kaufen? Die Perle. Guck mal. 800. Die würde ich mir einfach nur kaufen. Also die zwei hole ich mir. Ich weiß nicht, aber was bringt mir die Perle der Dämmerung? Also ich habe wirklich keinen Plan. 26 Tage haben wir Zeit hierfür. Das ist vielleicht schon lang. 26 Tage ist lang, lang, lang. Ne, warte. 19 Tage verbleibend hier. 26 Tage hier. Ah, da geht es dann weiter. Part 2, ha? Okay, cool. Bam. So, haben wir das auch fertig. Stufe 2. Nehmen wir direkt mit. Ähm, bei meinem Akt... Ich habe irgendeine Waffe gekriegt. Brauche ich die Perlen. Glanz der Tiefe. Ja, ab dafür. Hey, wir haben genug. Also wirklich ab dafür. Wir haben davon so viel Zeug. Bam, 50. Komm. Jetzt muss ich mal kurz zum Alchemittisch. Ah, die Waffe ist cool. Also einmal wieder eine Waffe. Nice. Ich würde natürlich sagen, der Bogen ist für die Dame. Äh, falls wir sie ziehen sollten. Ich denke aber schon. Sollten wir hinbekommen. Ähm. Du, 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 du. Machen wir so 30. Danke, Sacharose. Wo ist der Bogen hin? Hier. Tschup. Bam. 60. Jetzt muss ich die Guion-Dinger da machen. Die sollte ich machen können. Tschup. Nein. T-Timeo-Star. Du, du, du bist eine Nervensäge. Ich will herstellen. Geh weg. Dich mag keiner. Äh. Na komm. Hör auf damit. Kann ich nochmal. Ich brauche jetzt eh keine Schlechtern mehr. Weil wenn wir die schon mal mehrfach bekommen, dann ziehen wir die doch wirklich mal direkt nach oben. So, äh. Tschup. Wir haben ja massiv viel Erz. So, 60. Weiter geht's. Bam. 70. Jetzt haben wir nicht mehr genug viel. Äh. Nicht mehr genug. Das wäre Mittwoch. Also. Ha. Morgen habe ich überhaupt keine Zeit. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Samstag ist es auch. Ich bin ja momentan wieder ein bisschen mehr in Genshin drin. Weil jetzt gibt es wieder was zu tun. Außer einfach nur Charakter auf 90 ziehen. Weil Charakter nur auf 90 ziehen ist halt auf Dauer auch langweilig. Damit haben wir das Artefakt auch fertig. Wir haben viel Mora bekommen. Wir können sogar noch einmal beten. Echt viel Mora gekriegt. Cool. Wieder Müll. Haben wir noch einen Charakter zum hochziehen? Äh. Ich wollte ja... Baidu. Du brauchst nichts. Und Bennet. Du brauchst ein bisschen was. Okay, Bennet. Hier. Hier. Au. Wann kommt das aus? Den habe ich geworfen. Irgendwas kleines gebraucht. Ah. Feuersplitter. Einfache. Kleine Achatbrückstücke. Warte. Die kann ich vielleicht auch herstellen. Habe ich so wenig davon? Habe ich so wenig davon? Davon habe ich echt nicht viel. Gut. Wir haben einige Feuer... Wir haben erst einige Feuercharaktere hochgezogen. Macht Sinn. Weil Bennet ist ja auch... Er ist ja auch Feuer und Flamme. Aber das reicht schon. Aber das reicht schon. Ja Bennet. Bennet. So. So. Haben wir dich auch auf 53. Ich hole mir das Gebet ab. Wir haben die 500.000 Mauer ausgegeben. Stufe 3. Wie 40 Tage hat man übrigens Zeit für den Erlebnispass. Nur mal so als Hinweis. Ich mache am ersten Tag drei Stufe. Okay. Geht ja nicht so einfach. Schnell weiter. Warte mal. Wir können noch was abholen hier. Ja. Hi. Wagner. Hi. Kannst du? Danke. Es gab mal Zeiten, da habe ich Erz gesammelt noch. Weil ich nicht mehr so viel hatte. Die sind doch nicht mal so lange her. Oh. Ich habe fast keinen Mauer mehr. Aber der Erlebnispass hilft da immer schon ziemlich. Äh. Pupp. Aber auch grundsätzlich voranzukommen. Der Erlebnispass hilft da sehr. Äh. Gut. Dann haben wir alles. Für erst einmal, oder? Gut. Wir könnten natürlich noch die Runden dort weitermachen. Auf Schwierig und Extrem. Das hebe ich mal für das nächste Mal das Streamchen Genshin auf. Dann können wir ein bisschen länger machen. Heute ist ja unter der Woche. Das streame ich ja eh nicht so, so, so lange. Ähm. Weiß nicht. Trio, falls du da bist. Ich glaube, lass mal gut sein für heute, oder? Sonst hätte ich jetzt vielleicht noch gesagt, ein bisschen Control.